In diesem Video seht ihr, wie ihr euch dann einfach einen leckeren Vanilletassenkuchen backen könnt. Als erstes braucht ihr natürlich eine Tasse und in die geben wir als allererstes 3 Esslöffel Mehl. Danach kommen 2 Esslöffel Zucker dazu und für den Vanillegeschmack brauchen wir ein ganzes Päckchen Vanillezucker. Als nächstes kommt noch ein halber Teelöffel Backpulver dazu und ein Ei. Dann kommen noch 2 Esslöffel Milch dazu und noch 2 Esslöffel Öl. Alles gut durchmixen, dass eine schöne Masse ergibt und dann kommt es auch in die Mikrowelle bei 800 Watt für eine Minute. Fertig ist der Tassenkuchen. Guten Appetit!